Ladies and gentlemen, can I help your attention, please? Ihr Markenzeichen sind die feuerroten Haare und ich würde jetzt um richtig, richtig Lärm von euch bitten. Könnt ihr laut sein? Ja, also macht richtig Lärm für Jenna Hoff! Diese schöne Frau neben mir ist Susan Albers. Sie war ein Teil der deutschen TV-Show Deutschland sucht den Superstar. Sie hat ihn mit 4. Platz gemacht. Willkommen, Susan Albers, zu der Lanxess Arena. Vielen Dank für die Invitation. Hi, da. Jetzt schauen wir uns die letzten Twitter-Postungen. Sportclown just wrote, does somebody have Kristina Inhofe's mobile number? Oh, that's mine. Ja, you have got it, but we won't tell you, but maybe I can give you Markus' number. Markus, what about your number? It's 0043664 and so on, so, yeah, who wants to have Markus' number? Vom glücklichen Gewinner will ich natürlich mal wissen, wie war eigentlich der Moment, als du auf deinem Los die richtige Nummer gehabt hast? Und wenn man ein Auto gewinnt, oh mein Gott, wie ist das? Ich konnte es wirklich gar nicht fassen. Was für ein wahnsinns tolles Finale. Und Sie können jetzt schon die Tickets für 2014 kaufen. Tun Sie das auf alle Fälle, denn morgen startet der offizielle Ticket vor Verkauf. Was für ein wahnsinns tolles Finale ist der Nummer 18, von HSV Hamburg, ist Hans Lindberg. Was für ein wahnsinns tolles Finale ist der Nummer 18, von HSV Hamburg, ist der Nummer 18, von HSV Hamburg, ist der Nummer 18, von HSV Hamburg, ist der Nummer 18, von HSV Hamburg. Was für ein wahnsinns tolles Finale ist der Nummer 18, von HSV Hamburg, ist der Nummer 18, von HSV Hamburg.